Also ich bin die Sarah, ich bin Praktikantin hier. Ich darf gerade überall dabei sein, also in allen Therapieeinheiten, Pferde, Tanz, Musik, Kunst und ja, habe gerade das Privileg, dass ich dabei sein darf und mir das anschauen kann. Ja, ich bin am liebsten gerne draußen, also es ist egal wo, Hauptsache draußen, es ist überall ganz schön und weil auch gleich der Wald daneben ist und ja, mit den Tieren, es ist alles in einem, ich könnte jetzt gar nicht sagen, nur an einem Platz, der ganze Ort ist sehr schön und ja, fein. Meine Lieblings-Weihnachtsbäckerei ist Lebkuchen. Ich mag Danke sagen dafür, dass das durch die Sterne oder durch die Spender, dass alles, was hier passiert, überhaupt erst möglich ist und möglich werden darf und mit all diesen Möglichkeiten und Angeboten und ja, es ist was ganz, was Feines, was da passiert und genau, ohne euch wäre das nicht so möglich. Danke. 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 Danke.